Hallo und herzlich willkommen bei Weibel Design-Druck und WEB! Heidi W. aus Arbon zeichnet unfassbar schöne Zwischen, wie hier auf dem Bogen zu sehen sind. Wir kommen jeweils in Genuss, diese Zeichnungen auf schönes Rauchs-Naturpapier zu drücken. Letzte Woche haben wir alle Kartenmotive im Offset-Druck produziert und jetzt ist der Damiano dran, im Hintergrund die einzelnen Karten aufs Endformat zu schneiden. In diesem Fall werden die bezaubernden Karten aufs Postformat A6 geschnitten. Das macht der Damiano mit Hilfe von diesen Schnittzeichen, die auf jedem Bogen mitdruckt werden. Nachher gehen die Drucksachen weiter in die Ausrüsterei, wo sie nach Sorten bandiert, verpackt und schlussendlich zu den Heidi W. auf Arbon geliefert werden. Dort am Bismarckplatz hat Heidi ihr Ladengeschäft, wo man die Karten auch kaufen kann. Wir wünschen dir einen wunderbaren Tag und bis bald! Und nicht vergessen, wir weiblen auch gerne für dich!